hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die ticket und heute habe ich das spiel wikings war of clans so jetzt werde ich das spiel herunterladen also ein update machen also 200 megabyte also muss ja ganz schnell eigentlich gehen ich habe das spiel schon mal gespielt ich weiß es das ist sogar noch das was ich damals angefangen hatte ist annehmen nehmen so ich mache heute wieder nochmal musik an ich mache heute wieder ein kurzes spiel mein verband das war jetzt ab aber lieber noch mal noch nicht so lange spielen ist vielleicht besser was habe ich denn hier schönes einmal täglich annehmen bei dem spiel ist bisher nachteil dass es so klein ist geht vollbild okay ist ein bisschen größer nicht viel aber nur ein bisschen scheinbar dass ich keinen monitor ab den ich drehen kann gibt es ja solche monitor die du also einmal quer drehen kannst wie template okay was musste ich jetzt hier machen 99 und mehr alle lesen okay ich habe 99 nachrichten gelesen annehmen beginnen ich bin in keinem clan okay werde ich denn belagert gut dann immer wieder rein hätte sein können dass ich belagert bin wie in dingens wie hießen das lord of ne king of avalon michael ich bin in mich es mich jetzt ich bin annehmen erstmal alles annehmen hier oh hier gibt es noch tägliche Quests auch hier müsste man sowieso immer suchen da unten die Schatztruhe wackelt 5 Minuten wackelt sie wieder wir betreten eigentlich einfach diesen kleinen hier ich werde jetzt bestimmt aus dem Spiel rausgeschmissen und nach Google Play geschickt da bin ich wieder verbessern kostenlos annehmen verbessern kostenlos dann machen wir das so jetzt die ganze Zeit weiter verbessern kostenlos annehmen verbessern Hilfe schneller da war es war ab 5 Minuten ist glaube ich kostenlos 5 4 3 2 1 ja perfekt also 4,59 also 4 Minuten 50 Sekunden ist kostenlos verbessern 1 1 1 2 1 2 3 3 5 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 13 Fähigkeit. Hier habe ich 8 Fähigkeiten. Bauen. Wir machen erstmal. Bauen. Alles voll. Jetzt baut er auch bisschen schneller. Weißt du wie? Schneller. Okay. Immer noch. Oh, meine Quest ist fertig. Noch schneller. Drei Minuten. Schnell die letzten Sekunden ab. Danach. Danach werde ich mir mein Tagesticket abholen. Aber ich hoffe euch hat das Spiel so weit gefallen. Für mich ist das jetzt nicht so ein Spiel was ich gerne mag. Das kann man nochmal machen hier. Annehmen. Oh, ein neues Gebäude. Ich glaube das ist auch da schon. Also ist das schon mein viertes Gebäude jetzt. Das muss ich auch noch machen. Okay. Ich mag sowas wenn es voll gebaut ist. Wenn man nichts mehr bauen kann, dann weiß ich genau, ah es ist alles fertig. Das geht auch so schnell jetzt gerade wieder, dass man wieder nicht aufhören kann. Ich glaube das kennt ihr bestimmt auch. Dann geht das so schnell, so flockig, zack, 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 fertig. Und dann sagt man sich, ah komm, das nächste Gebäude geht bestimmt auch noch schnell. Das war auch noch schnell und dann das nächste geht auch noch schnell. Ja. Weil man sieht in dem Moment, es geht weiter mit dem Spiel. Das finde ich dann immer ganz interessant. Wie sich das Spiel entwickelt. Das warte ich gleich, irgendwo länger warten muss. Wollte ich dann sagen, ja, das ist das Ende. Schloss, ja, das dauert bestimmt hier wieder eine halbe Stunde. Hätte ich eine halbe Stunde. Drei Stunden für. Drei Tage. Sieben Tage. Ich hätte den hier. Und den. Den wir nicht zu verlieren. Also wir hauen jetzt so schnell noch. Wann jetzt auch wieder zehn. Drei Tage. Wann auch zehn. Gott sei Dank. Was kommt noch für Gebäude? Da sind noch so viele Plätze da frei. Sechs Minuten. Dann. Schnell. Schnell. Dann. 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 Ich verballer jetzt gerade meine ganzen Boosts, wer weiß, wenn ich das das nächste Mal spiele. Obwohl es könnte sein, dass es morgen wieder kommt. Vielleicht mache ich dann ja morgen die Tages-Dailies, wenn es meiner Hand besser geht. Aber ich denke nicht, dass es morgen kommt. Okay. 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 Das ist ein Tropen. Gleich bin ich am Ende. Das ist ein Tropen. Ich kann noch 15 Minuten machen, aber das meine ich nicht. Das ist so viel, das ist gut. Gut, also dann werden wir jetzt das Spiel hier beenden. Google Play schließen. Und da werden wir jetzt unser Ticket abholen. Danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.